Die Grundidee von dem Angebot, das wir hier haben, im Bäckau-Barg, ist Tier mal 4. Der Name verrät es schon. Es gibt ein Angebot, das die Herzenswünsche der Vierbeiner und ihrer Menschen erfüllt. Es ist so, dass es hier eine Tierphysiotherapie und Rehabilitation gibt. Es gibt einen Tierbedarfsshop, das ist der Peroshop, es gibt einen Hunde- und Katzenphysiöer und es gibt mich als Hundetrainerin. Und eigentlich ist hier alles abgedeckt, was ein tierisches Herz begehrt und was ein menschliches Herz begehrt. In meiner zehnjährigen Tätigkeit als Tierärztin habe ich die Erfahrung gemacht, dass Physiotherapie und Rehabilitation nicht nur für uns Menschen von besonderer Bedeutung ist, sondern auch für unsere Vierbeiner. So habe ich mich entschlossen, die tierärztliche Praxis für Physiotherapie und Rehabilitation zu eröffnen. Und unser besonderes Aushängeschild ist das Unterwasserlaufband. Also das ist die Tierza, ein Landseher, sechs Jahre alt, etwas übergewichtig und hat bei den Gelenken schon diverse Probleme mit Arthrosen und auch Verspannungen im Rücken. Und deswegen gehen sie bei uns Unterwasserlaufband und bekommt auch so noch diese Therapeutische Unterstützung. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier im Bäcker im Pärotierparadies erhalten sie alles für ihr Tier. Einen besonderen Schwerpunkt bietet die Pärotiernahrung, ein sehr hochwertiges Futter, produziert in Salzburg. Ich als Tierärztin biete stundenweise Fachberatung an, wo sie auch die Möglichkeit haben, veterinärmedizinische Produkte zu erwerben. Ich bin bei dir mal vier für den Hundebesser zuständig und wir machen alle Rassen, ob groß oder klein, Mischlinge und natürlich auch Katzen. Ich arbeite seit vielen Jahren als Hundetrainerin. Und nun auch mit Tier mal vier zusammen, denn meine Art zu arbeiten hat sich auch dort sehr gut bewährt. Ich arbeite rein mit positiver Verstärkung, ohne Unterdrückung, ohne Strafe. So dass Hunde wirklich ein Alternativverhalten lernen anstelle ihrer Angst oder ihrer Aggression. Was von W short bist du? Wow. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020